Guten Morgen! Heute extrem geiler Auftrag. Wir fahren zu Österreichs besten Burgerlokal. Auf geht's! Einer der größten Kurspunkte beim Sprint von einem Restaurant, können wir getränken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endspurt, wir befinden uns auf den letzten Metern, jetzt heißt es nochmal Zähne zusammenbeißen und alles geht. Ein langer Tag geht zu Ende, aber es hat richtig Spaß gemacht, ich finde der Gasgarten ist sehr fein geworden, bevor ich euch aber das Endresultat zeige, abonniert bitte meinen Kanal, damit ich wachsen kann, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und kommentiert, ob ihr auch schon mal dort Burger gegessen habt. Also, hier ist das Endresultat! Bis zum nächsten Mal!